Hallo und Willkommen zurück zu The Platinum Let's Play, so Direkt am Anfang eine fette Explosion, so fängt das gut an Dann lauf dir mal rüber, ne, lauf, lauf Ah, ist lädt, ist lädt, direkt am Anfang Gerade eben beim letzten Part hat es nicht geladen und jetzt lädt es Mann, ich würde lieber nochmal zurück in dem Auto, das war cool Aber das ist auch egal Da lau ich nicht runter Ich spring einfach drüber Hopp, hopp, spring Ah, wie's Mädchen So Erstmal Sexismus hier Overpowered, äh, was geht? Bisschen dünn, ne? Naja, sie tun uns doch nichts, wenn wir sie in Ruhe lassen Wie schalt dieses Flug aus? Biss Bssst Irgendwas Das ist der Stalker Er hält sich von der anderen Seite aus, sagt sie Du verdammter Stalker Wie sollen wir hier durchkommen? Ganz einfach Wir springen gegen die Scheibe Das ist eine Rollmine, oder? Es ist nicht eine Rollmine, meine Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck, was ist los? Ich will nicht Okay Okay Oh, nein, nein, nein Nein, lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Wieso? Hier, jetzt kannst du da Ist nicht mehr Sie wird Aber sie soll erschaffen Ist zu Stalker Und lass sie los Denn Rest macht sie Roll 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 Töte alles Du bist unbesiegbar Unbesiegbar Ah Epic win Bisschen was kaputt hier, ne? Gehrekehre hat's gut gemacht Wenn ich dich da runterholen könnte, ey Ich möchte echt voll einen abfiedeln und so Das klang falsch Äh, jetzt wird, glaub ich, da rüber gelaufen, ne? Ich bin mir nicht sicher, deswegen renne ich mal trotzdem hier rüber Ich hatte denn keiner von denen ne Waffe dabei Gehrekehre 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 Ich hab schon gedacht, du erwischst mich, aber war Quatsch, ne? Selbst gemerkt, ne? War doof, ne? Oder wie? Oder wat? Oder wer jetzt? Muss man ja nur ansehen Ähm Ja, ich bin richtig Ooooooh Fuck Na, scheiße Haben die Spiele-Designer extra reingemacht, damit so Typen wie ich da hinlaufen, denken Oh, sie sind in Sicherheit, nur weil ein paar Gegner entgegenkommen Und dann ballern die einfach da runter Jetzt fickt euch Töte Genau, Töte Töte sie alle Jetzt kannst du aufhören Nein Nein Warum, du Scheißding Warum tust du? Oh Das Ding ist voll verarsch Es verarscht mich Dieses Wichsding Fick dich Ich weiß, bis die Dussi da wieder da ist Dann kann die mir den Arsch retten Wo bist du denn? Komm zurück Schande, und da ist auch nie gleich. Du hast überlebt. Schaffst du es auch? Boah, hoffentlich wird es jetzt eingesürbt. Oh Mann! Wie passiert sowas die ganze Zeit? Aber der nicht. Geschafft. Was ist denn, ne? Oh, vielleicht so ne Waffe. Nein, da ist keine Waffe. Ich hätte gerne irgendwas nützliches. Oder das Ding hier wieder in blau. Was hier los war? Ich hab hier rumgefeiert. Hab so Ärsche getreten. Hast richtig Angst gekriegt, ey. Weiß der noch nicht. Wie ist das? Hm, vielleicht ist ja hier ein paar nützliche Informationen. Oh, das da unten meinst du? Das ist ne riesengroße Glühbirne. Mal sehen, ob ich eine... Das ist nix anderes. Ich kann nur noch die Erde gehen. Aber wie helfen? Der Portal-Siegelort ist unhaltbar. Senden Sie mich vor anders. Ich könnte in dieser Umgebung nicht überlegen. Das war nur ein alter Aufmerksam. Sie übernehmen zu Herzen. Niemals gehe ich. Alter, gut. Vielleicht könnte ich das sein. Aber schnell! Erst gleich hier! Darauf waren sie durfte lächeln. Oh Gott! Der Plopp! Ey, Mann, das ist der Dickmann! Ne? Hast du verstanden? Was ist denn für Schuhe an? Keine Ahnung. Äh... Ah! Oh Gott! Nein, das ist doch nicht. Warum? Okay. Ich will den Dick! Das war witzig! Das war der Blob. Das war der... Das ist bestimmt so... Der Brain Bug von, ähm... Von Dingens. Starship Troopers. Starship Troopers. Yay! Wir können hier rein! Das ist toll! Oh nein! Was ist denn drinnen los? Ich warte doch schon mal. Ich werde wieder zur blauen Unbesiegbarheitswaffe. Gut gemacht! Wahnsinn! Wär es auch, ne? Da kann ich einfach alles wegprügeln. Die Waffe ist besser als, als... Ich möchte sogar schon sagen, dass es besser ist als, ähm... Maschinengewehr und, ähm... Raketenwerfer an einem und so. Stehst du? Äh, ja. Ich weiß, ne? Bin ja auch ich. Bisschen dunkel. Äh, verdammt, wo sind die alle? Ey, ihr feiert hier voll ohne mich ab, ihr Wichser. Yeah. Wie viel haben die eigentlich noch hier? Die sind, die, einfach so viele Soldaten hier, ne? Ich weiß, die haben. Die haben. Äh, bitch! Run, bitch, run, run, run! Verdammt! Where is he coming from? Au! Ich weiß nicht, was ich machen muss. Aber egal, was ich tun muss. Es muss wichtig sein. Es muss wichtig für das Spiel sein und wichtig. Fick mir das aus. Fuck, ich glaube ich muss weiter runter, ne? Yes! That's it! I'll do my way, bitch! I'll do my way! So! Wenn jetzt nicht so ein Ding da runter... Wenn jetzt nicht so ein Ding da auf mich runterkommt, wollte ich nur sagen, dann habe ich schon gewonnen. Okay. Bist du denn für ein Ding? Das Ding ist so imber. Wenn ich eine Knarre hätte, hätte ich doch schon längst in die Fresse geschossen. Das weißt du hoffentlich. Verdammt, ich will so ein Fieder haben. Führst du mir rüberziehen und dann lieben. Lieben, pflegen und was auch immer. Da muss ich ja wohl rüber, ne? Hier muss ich wohl rüber, 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 rüber. Über, rüber. Ähm. Oder auch nicht. Wo muss ich denn hin? Bitch! Come on! Bitch, my bitch! Show me the way! Äh. So. Aber hier werde ich jetzt erstmal ein Save reinlegen. Auf Spiel speichern gehen. Wo ist... Wo ist denn mein Auto? Ja. Nehme ich das, ne? Nehme ich das. Und damit sage ich Ciao und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Tschauen. Danke fürs Tschauen. Ja, was war denn? Ciao und... Ciao und... Na, bis dann, ne? Und Ciao! bis dann nach und danke fürs, wenn